Das, dass man nichts hört hat, dass man mich nicht hört, passiert jedes Jahr. Also insofern, hört er mich jetzt? Ja. Gut. Ich weiß nicht, ob man immer die Wahrheit sagen soll. Ich würde jetzt gerne diesen Drohnen herunterschießen. Aber ich mache es nicht, weil ich den Moden höre. Und wir werden in Kürze von hier aufbrechen. Der Leo und ich, wir fahren mit dem VW voraus und ihr folgt uns halt. Es ist eine sehr exakte Beschriftung, wie ihr zu gehen habt. Und ja, also es werden dann die Glocken werden läuten. Und der Leo und ich, wir werden fahren. Und ich würde bitten, dass zumindest am Anfang die Musik hinter uns nachgeht. Musik. 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 Das hier ist ein bisschen anders. Es ist eigentlich eine Veranstaltung des Verleihens. Und natürlich verbunden mit dem, dass wir uns im Idealfall sauwohl fühlen. Musik. 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 Sollen wir raus? Ja, die nächste Lämpfe. Ja, die nächste Lämpfe. Ja, die nächste Lämpfe. Ja, das ist ja Lämpfe. Ja, ja, ja. Schön, was wär's denn? Und ich möchte eigentlich die Katze aus dem Sack herauslassen. Meine Freunde und ich, wir haben vor, dass wir hier im Prinzen 2021 mein Sechs-Tage-Spann machen. Und ich möchte meinen Sechs-Tage-Spann machen. Puh! 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 Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank.